Moin Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rainbow Six Siege auf meinem Kanal. Wir spielen heute mal Rank. Also ehrlich gesagt, die Challenge, ich spiele Rank alleine. Mal gucken, wie das enden wird. Sorry für Teammates. Level 97. Ja, ich kann die Ränge nicht sehen. Aber die haben alle so bei Level 100 ungefähr. Ja. Und die Gegner. Auch so Level 100. Knapp. Ja. Wenn euch das gefällt, dann liked das hier. Aber nehmt meinen Kanal, dann aktiviert die Glocke. Würde mich super drüber freuen. Machen wir erstmal Wendien. Pass bloß auf mit deiner Pistole. Oder Gewehr. Oder was auch was. Egal. Er versteht jetzt nicht, was ich meine. Komm. Ich hoffe, das wird eine gute Runde für Rank. Hat er nun ein Schild von euch? Da, Schild. Ah, die Teammates sind absolut. Was machen denn die Teammates, man? Das Blackbeard auch, du Scheiße. Ey, wie schlecht sind meine Teammates denn? Ich pushe lieber nicht. Nice. Granate. Du Scheiß, Alter. So. Schaffen wir. Krieg nicht. Krieg nicht. Die Montage, natürlich. aufschöpfen mit Blackbeard, Mann nein, nein, Typ, sterb komm, teammate die müssen jetzt rein es bleiben noch 5 Sekunden nice, lol lol hä, lol digga, nice, Mann Leute, das war krass gerade wir waren zu zweit und haben 5 Leute weggefickt auf jeden Fall, Mann bester teammate auf jeden Fall ach, der Typ ist verblutet ach, so, lol ey, das Team ist so geil, Mann Leute so ein Ficker-Team sind wir auch ein Thatcher eigentlich, aber egal und ich werde versuchen, wieder 10 Alpha-Packs zu sparen und dann werde ich wieder ein Alpha-Pack-Opening machen so werde ich das jetzt immer machen mit meinen Alpha-Packs das wird so einmal in 2-3 Wochen in 10 Alpha-Pack-Opening kommen so, ja vielleicht sogar früher oder in 2 Wochen so anderthalb Wochen ich spiele jetzt nicht so oft Rainbow okay, die sind nicht Billardtisch sind die nicht ich glaube, die sind hier ja, die sind hier da sind die, wo wir waren defekt für mich sehr schön der Bio-Gefahrgut-Behälter ich werde von da kommen, wo die es gar nicht erwarten werden weiter zum Bio-Gefahrgut-Behälter und diesen sicher warte mal, habe ich Faust-Sink an? muss ganz kurz was nachgucken Dinger Stellung Video okay, ist wieder an müssen wir eigentlich gar nichts beachten beim reingehen ich suche da rein, du musst kind nein, was macht, er hat Fuse im, ey, ist ja dumm alles klar, er macht zuerst, ah, er macht das so sehr gut ich bring auf die Scheiße Drohne rein, er springt aber rein, ja mein er springt aber rein Pusher Scheiße auch die Drohne was oh mein Gott, effizie okay, hier ist keiner muss mal gucken, ob deiner ist komm her scheiße mal bin so down, alter ich werde so hart drauf gehen ich bin gerade in dem Video und alter wow, fuck man Unsinn ich bin ja dran, alleine Junge, wir haben gerade, wir haben gerade ich war alleine, ich habe gerade fast eine A's gemacht also ein Team hat noch eingeholt, ich habe viele Leute getötet hätte ich den noch am Boden geholt, hätte ich eine A's gemacht ich war alleine alle anderen sind gestorben aber und mein Team ist nicht schlecht wir haben gerade zu zweit einfach ein ganzes gehen halt weggefickt man jetzt müssen wir Küche gehen, ach du Scheiße ich mache das auch nur für ein Video, Ranks spielen mache ich nur eine Runde warum bist du gerade rausgeflogen? oder rausgegangen? warum? hast keinen Bock mehr aufgeschickt gehabt geile Erklärung auf jeden Fall geile Erklärung auf jeden Fall die war doch gerade eine Fickdrohne noch 5 Sekunden die Drohne der Gegner hat den Bio-Gefahrgut-Behälter localisiert ich werde in der Wallbang, wenn er da durchkommt, alter und mein Team-Mate stell dich doch nicht vor mich, man du kompletten ist scheiße da war eine Claimor ich spreng darf nicht die Wand auf ich spreng darf nicht die Wand auf der Kapkan ist nur dead man ähm ich hasse Twitch, ne ok, Twitch ist weg Topkan, komm her Topkan, bleib stehen Topkan, du bist so schlecht, man Topkan, was tust du? Ey, was, ey diese Waffe von Ash, man wir können nichts machen Cavera, was tust du da? Warum bist du da oben, Cavera? ey, Edda, du wirst so draufgehen, man Edda, ist so dead Komm, das schafft ihr Team mit jetzt wow, jetzt liegt die Cavera auch noch dauernd am Boden wow wow, wir können nur verlieren oh mein Gott, was machen die denn? ey, was machen die? Team-Mate ist jetzt scheiße also Leute, das kann hier nicht so weitergehen ja, einer, oh, ein Gegner hat das Spiel verlassen Leute, das ist unsere Chance und noch ein Gegner hat das Spiel verlassen jetzt sind sie nur noch zu dritt nice also Tim, so kann man es machen, ne? ich wette, die kommen gleich wieder rein ich wette, die kommen gleich wieder rein die wurden nicht rausgeworfen die sind nicht rausgeflogen die sind einfach rausgegangen, Alter was ist das? wo sind denn die Pisser? die Küche sind die nicht, dann sind die oben ah Bildertraum nein, nicht meine Drohne hohen Sohn ich scanne euch, ihr kleinen Pisser und stell meine Drohne auf, die Bombe rauf oder auch nicht weiter zum Bio-Gefahrgutbehälter und diesen sicher Feind draußen entdeckt ach, der Spawntrappt denn, Lutter diese scheiß Lutter Spawntrappt einfach Alter, die Spawntrappen uns hier weg, Mann was sind das für, sind das Platin-3-Spieler oder was geht jetzt ab? ich glaube wir spielen gegen Platin-3-Spieler weil die spielen echt ein bisschen komisch lol wir haben ja ihn durch eine Claymore umgebracht was ist das? wow, fuck, der hat mich oh mein Gott, der hat mich fast getroffen, Alter shit, ich wurde entdeckt ok, nur noch ein Gegner ok, nur noch ein Gegner und ich hab mal wieder nichts gemacht, wow eigener Druck hat Gegner eliminiert komm, alles klar sein, alles klar Tim Tim hat Hedge und A mit der Hibana Zweitwaffe mit dem Maschinengewehr-Dinger ich kenne mir grad grad meine ganzen Screenshots von Advan Storfer alles klar wer sind sie? ich guck mal über den ersten vor allem wir haben noch blaue Bauen die nehmen einfach Küche meine teammates warum? und die haben wir Hyping's Alter, oh mein Gott wir spielen gegen Hypinger die Screenshots sind von also der erste war 26.4.2015 also dezent Leute, wenn ich jetzt kein Kill machen, dann gebt ihm 100 Euro muss ich euch 100 Euro zahlen, jeden wenn ich jetzt kein einzig Kill mache also wenn wir bis zum Ende der Runde kein Kill mehr machen keinen weiteren Kill ich hab die Gegner grad einfach nicht gesehen wow die Gegner haben den Bio-Befahrgutbehälter lokalisiert erstmal kurz hallo? Drohne? fährt einfach durch ok und was genau? ich hab einfach nur Screenshots gelöscht von meinem Chrome warte mal ist das nicht die Tür die Gegner haben den ohne durch können hier ist ja die Spawn-Tripper Tür hier ist ja die Spawn-Tripper Tür das kann nicht löschen ich hab noch 95 GB frei ich hab noch irgendwie 7,1 TB frei er ist auch PC-Festplatte er smockt mich fast er smockt mich fast tot smockt mich fast tot smockt mich fast tot du musst kind bleib stehen andere was ist denn da eigentlich ey das sind solche Nutten Spieler oh my god da kommt noch einer ey das sind solche Nutten ich schwöre der hat nicht gesehen dass ich mich wiederbelebt hat mein Kill alter der hat nicht gesehen dass ich mich wiederbelebt habe was sind das für schlechte Spieler ich hab noch einen Kill gemacht Leute das war zu schlecht von mir aber egal du musst dir das ey du musst dir jetzt save das Video angucken alter was war das denn jetzt gerade er hat mich gedowned und ich wiederbelebt mich errennt einfach an mir vorbei und die waren zu dritt rennen einfach so an mir vorbei was war das denn jetzt Dinger jetzt voll der Zufall aber das schafft jetzt die Mates kommen da Montage oh my god Montage oh my god Montage was machst du Junge ja komm töd ihn was machst du oh my god er wird so drauf gehen man pass auf die Tür auf du dummer kackidiot alter er macht sich oh my god er macht sich noch mehr Ärger Junge leg dich doch hin titsch ohne auch du scheiße ja wie schlecht ist er digga wie schlecht ist er man oh my god er ist größtes Opfer vor allem die Rennes auch noch mal die Gegner sind so scheiße eigentlich ja bestimmt man er drückt den Nzenhäller was ist das oh ich hab irgendeine Ubisoft Herausforderung fertig welche ich hab ne Ahnung wow muss gucken geile Erklärung ja mir wird angezeigt dass ich irgendeine Herausforderung jetzt spielen die auch Montage & Blitz kann man ja mal machen ne also ach so einfach nur 3 Runden als Verteidiger ok ja SMG muss ich noch machen 3 Runden als Echo Digga die sind nur zu dritt und wir verlieren einfach trotzdem was ist denn das wir verlieren gegen 3 Leute alter das ist richtig erbärmlich etwa nochmal SAT eigentlich vergisst das irgendwie immer SAT? ja SAT ja es ist das ne Pistole auf jeden Fall das war JTF2 3 keine Ahnung die sind schon wieder blau die sind schon wieder hier billiert Raum jetzt ist das ne blau blau alter wie die ist das nein ey ey ich bin runter gesprungen alter so lächerlich g 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 auch ich bin die Kapkaner alter ist hey ich hab kein Bock man ich bin die Hohen sollen auch noch Kapkaner ey meine Teammates man ok docke ich schon mal tot das ist sehr gut Spawnflip an Leute Treppe das ist nichts SAT was war nochmal SAT 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 ok was sind die im Raum hä? wow fuck WTF man wuuu Digga war das alter ich glaub SAT Junge wie gut sind denn die Gegner alter wo ist der Kapkan ich glaub SAT war Hibana und Ekko der aeimt da ab das kann ja geil werden kann ich den wallbang versuchen schieß mir da auf mach ich auch noch 20 leben ja 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 leute ja leute ja leute so macht man das so macht man das alter ich wusste dass sie da kommt man ich wusste das sie kommt auch noch von da alter das ist sie kommt auch noch von da man und ich sollte mir ab gewinnen zu teabägen wenn ich ach warum teabäge ich jedes mal da Junge weil du Andre das meist ich wusste dass er von da kommt komm komm da steht 3-3 leute das wird ne gute runde hä ich bin jetzt Smoke schau nochmal SAT alter ich ich versteh das einfach gar nicht SAT nein warte ich spiel jetzt ne Puls hat schon jemand da egal Smoke ist S.A.S. Castle ist FBI S.A.S. was ist S.A.T. Twitch ja Fretcher Sledge Nein das ist S.A.S. du Hong Hä? Hä? Ne das ist Spitznuss warte mal er schießt da von 10 Meter an ist er behindert ist er geistig krank Fretcher und so die sind von S.A.S. Oh nein sie doch Kontaktgranaten habe ich das ist sehr gut Fretcher Montagne sind G.A.T.N. Glass und Fuse sind Spitznuss Blitz G.S.G.S.G.S.G.S.G.S.G.S.G.S.G.N. Die Banner die Banner ается die Tau ist Bope die Drohne rumleckt man oh ja wir ficken das Bett auch, oh ja entweder ist das ein B oder ein B ja niger Special Assault Team ja doch S.A.T Barna und Echo weil Geo ist Jakal und Mira Ying ist SDU und Ela ist Groom das große Fenster sind sind auf das war das Sägergerät was draufgegangen ist und der Drop ist offen und Granatenfinger rein und Dezimator da hinten perfekt what the fuck alter dieser Backschuss hat sich gerade richtig creepy angehört man Gasung Vergasung wow wo kam der in der Zerschuss Granate oh Digga ist ein Loch in der Wand nice ich hab zwar jetzt einen Kill gesehen aber egal ey er erschießt mich er erschießt mich weil ich ihn Kill geklaut hab aus Versehen ich dachte der lag am Boden er erschießt mich einfach ist der dumm ey ne erstmal melden verdächtiges Verhalten er tötet mich einfach ohne Grund Bastard Kindmann nur weil ich ihn Kill aus das Ding geklaut hat Leute ihr könnt das sehen man sieht das sieht echt so aus als wenn der lag ich konnte echt nichts dafür er schießt mich einfach wenn das jetzt ein Franzose ist Leute ne also so sagt man aber nichts mehr ja schießt ihn doch ab ja mein Gesicht man kommt noch eine Runde Leute ja ich guck das jetzt gleich nach wenn die Runde zu Ende ist oder ich guck das jetzt noch Leute falls es hier stimmt ach ne da leckt sich meine im Ernst jetzt ist es ein scheiß Italiener muss eigentlich klar aber wenn ich jetzt nochmal erschießt ne richtig ehrenloser Bastard dann schießt du ihn doch wenn er dich nochmal erschießt dann fliegt er doch raus an ihr weißt was ich jetzt mache ich erschießt ihn ganz einfach ich hab letztens sogar mal wegen Miguel ein Bann bekommen nein ich erschießt keine Leute Leute erschießt keine Leute außer wenn er auf mich visiert und mich abknallen will dann schieß ich ihn direkt ab das ist aber wenigstens und ich guck ob er bei mir gespawnt ist wenn er nicht bei mir gespawnt ist dann will er das gar nicht ne er ist nicht bei mir gespawnt diesem Strand am Strand aus diesem Musik alter die nervt richtig ich stehe 5 die anderen stehen so 4 7 4 5 und sind aber vor uns muss man das verstehen die haben einfach kein Drohnen-Aim merkt man gerade der Spielkavera ohne Shotgun das ist sehr schlecht für ihn Lesion ach du scheiße das kann ja noch geiler werden noch 5 Sekunden sind mal Punkte geilen hier immer wenn mit jemandem Frieden geschlossen aus T-Becken vor allem der ist absolut scheiße T-Mate hey mann Jäger gambelt in der Ecke super ach die sind Küche die kleinen Kotnascher wow digger alter oh mein gott habe ich mich gerade erschrocken alter Kapkan konnte euer vorgepusht nice Leute das war dann eine nice Runde hier boah Leute habe ich gerne noch geschrocken so gucken doch ob wir ein Alpha Pack gekriegt haben dann ja oder warte ja wir sehen uns dann zur nächsten Folge bis dann schau Leute bis dann Jäger Säger Sch 57